Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, dass du alte und gewohnte und bekannte Denkmuster zerreißen musst, damit sich irgendetwas in deinem Leben verändern kann. Solange du noch diese bedürftige, bedingungsvolle Denkweise an den Tag legst, wo du sagst, um das zu haben, um das zu bekommen, um glücklich zu sein, um mich wohlzufühlen, muss sich im Außen etwas zeigen, etwas verändern. Das ist ein Standpunkt, das ist deine Denkweise. Und diese Denkweise führt dich im Kreis herum. Und nur wenn du das zerreißt und aussteigst, aus allen Bedingungen, aus allen Zusammenhängen, aus allen Analysen, aus allen Rückschlüssen und aus allen Konzepten, dann wirst du Wunder und Magie generieren. Weil du dich selber als diese wundervolle und magnetische Persönlichkeit, dieses magnetische, energetische Wesen hier auf Erden, verstehst. Deine Energie beginnt in deinem Kopf. Es gibt keinen anderen Ort, an dem du generieren kannst. Nur mit deinem Kopf, mit deinen Vorstellungen, mit deinen Ansichten, mit deinen Rückschlüssen. Und genau das muss alles auf den Tisch. Alles führt zu dem, was du da hast. Alles in deinem Kopf führt zu dem, was du im Außen hast, was du erfährst. Ja, so oft wird dir gesagt, du sollst nicht reagieren auf das Außen. Ganz sicher. Aber das kannst du nicht. Du reagierst immer. Die sogenannten Trigger sind eigentlich nur Konzepte, die anspringen. Sind nur Überzeugungen und Ansichten, die anspringen. Und die zeigen sich dann in deinem Körper durch Gefühle. Und deswegen ist es so wichtig, überall hinzugehen, wo du getriggert wirst. Jeden Trigger in die Augen zu schauen. Weil nur da, mit Hilfe dieser Trigger kommst du dran an deine Konzepte, an deine Ansichten, an deine Überzeugungen und an deine Meinungen, die dich von dem trennen, was du leben und erleben möchtest. Deswegen ist es so wichtig, dass du ins Außen rausgehst, dass du nicht in den Rückzug gehst, dass du reingehst, voll das Leben lebst. Aber immer weißt, das, was du erlebst, ist ein Konzept, eine Ansicht, ein Rückschluss von dir. Und wenn du irgendetwas erlebst und siehst, was du nicht möchtest, dann ist deine einzige Chance, das zu verändern, indem du deine Konzepte, dein Selbstkonzept über dich, dein Konzept über die anderen Menschen, dein Konzept über das Leben überdenkst. Und es so zusammenschreibst und so neu machst, dass es der höchsten Liebe und Perfektion, die wir alle sind, aus der wir alle entstanden sind, entspricht. Ein ganz, ganz neues Denken. Deswegen lade ich dich ein. Herzlich willkommen in den Divine Design Mindset Studios, wo es um Training geht, wo es um Umsetzung geht, wo es um konkrete Schritte geht, die du kennst. Wo es keine Anweisungen gibt, wo es nur Energie gibt, die du generieren möchtest. Und alles, was dir dazu dient, die Energie zu sein und zu generieren, die du sehen möchtest im Außen, in deiner Erfüllung, das ist gut, das ist richtig. Und dazu musst du ganz, ganz viele Konzepte zerreißen. Ganz, ganz viele allgemeingültige, liebgewonnene, dich mit anderen Menschen verbindende, gemeinsame Nennerfindende Konzepte zerreißen, nicht mehr verfolgen, nicht mehr verwahrhalten und nur noch in die wahrhaftige Divine Design Energie einsteigen. Du kannst das, du bist das. Dein Kopf, dein Ego kennt das noch nicht. Und deine Aufgabe ist, es dir, deinem Verstand, deinem Denken beizubringen. Und ich bin hier, um dir dabei zu helfen, in meinen Divine Design Manifestation Studios, Mindset Studios, meine Programme, meine Angebote, meine Kurse, meine Masterminds sind genau dazu da, um dir diesen Rahmen zu geben. Und neu gibt es auch, wir sind Divine Design, die Community. Die Community ist ein Drei-Monats-Abo, das du erstmal kaufen kannst, nachher kannst du drei Monate verlängern, wo es verschiedene Inputs, Kurse, Hotseat-Coachings gibt und alle Infos findest du natürlich auf meiner Homepage, der Link dazu und zu all den anderen Dingen, die du in meiner Divine Design Welt kaufen kannst, um dir zu helfen, umzusetzen, findest du in dem Link unter diesem Video. Wir sehen uns!